33-tägige Andacht für die ärmste Priesterseele im Wegefeuer, 14. Tag. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesklamme des unbefleckten Herzens Mariens. Deine so sehr geliebte Brot. Komm, heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesklamme des unbefleckten Herzens Mariens. Deine so sehr geliebte Brot. Komm, heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesklamme des unbefleckten Herzens Mariens. Deine so sehr geliebte Brot. O Jesus, ich verberge die ärmste Priesterseele des Fegefeuers in die Wunde deiner linken Hand. O Maria, Schmerzensmutter, ich stelle mich unter deine Schuld. Durch deine reinsten Hände opfere ich nun dem ewigen Vater 33 Mal das kostbare Blut Jesu auf für die ärmste und verlassenste Priesterseele des Fegefeuers, die am meisten leidet und für die niemand betet. Bitte und flehe mit der ärmsten Priesterseele für mich zu Gott, damit mir bald Hilfe in meinem jetzigen Anliegen, Anliegen kann man nennen, jetzt. Gewährt werden. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, wie im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Unserer liebe Frau vom heiligsten Herzen, büte für diese arme Priesterseele. Unserer liebe Frau vom heiligsten Herzen, unsserer liebe Frau vom heiligsten Herzen, büte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Gelobter Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.